Aus dem Runden, genau. Die linke Hand greift nach vorne. Von drühen ein Stück weiter runter greifen. Guck nach vorne! Beine Maschinen dreiseinander. Wenn wir dann gleich vorne sind, dann legst du dich mit einem Pfeffer ein. Dann merkst du, dass du das ziehst. Dann ziehst du dich langsam und selber. Dann ziehst du dich ein Stück vor. Dann ziehst du dich am Schild. Dann mach ich ein bisschen eine Wage. Dann lass ich den ersten Schritt in die Wand. Dann geht es leichter davon, wenn du das Seil in die Hände laufen lässt. Dann gibst du deine Schande. Und dann für neue, ich gehst einfach nach vorne. Dann legst du dich nach vorne. Dann schau dir vielleicht mit dem Kante. Genau, der andere auch. So, und jetzt legst du dir das Gewicht nach vorne rein. Du merkst gleich, dass es zieht. Ja, genau. Weiter. Die Beine durchstrecken, schnell Körperspannung. Kannst du weiter voraus machen? Ja, passt schon. Einfach Körperspannung. Okay. Ja, und leg dich richtig rein. Und immer ein Stück weiter, Stück für Stück, ein Stück nach vorne ziehen. Genau. Das ist schon die Wurt. Die Füße bleiben da stehen. Ich sag dir gleich Bescheid. Immer weiter, immer weiter. So, jetzt machst du mal einen kleinen Schritt. Ja, genau. Den anderen hinterher. Super. Genau. Und so geht's weiter. Oberkörper immer ein bisschen tiefer als die Füße. Jawohl. Irgendwann müsstest du merken, dass du eigentlich das Seil dann auch durch die Hände einfach laufen lassen kannst. Dann musst du gar nicht mehr schieben. So, kommst du mal zu mir? Ja. Mach mal die Hände einfach leicht auf. Geht noch nix? Geht noch nix? Ja, da muss noch n Stück. Bei dir ist das. Bei dir ist das wahrscheinlich zu, dass du nicht verliebt, oder nicht. Ein wenig, oder? Ein wenig, oder? Ein wenig, oder nicht? Du hast dann ein bisschen gekrackt von ... Ich hab's ja schon mal gerade. Ich brauchst mir nur zwei mal, aber ich ... Es ist spannend und irgendwie ... Ich hab gesagt, nichts Herzlichen, wenn ich das noch einmal so durchfahre. Bitte die Luzi. Ich habe das Telefon. Nervet.